Marcus Aurelius Valerius Maxentius war als Usopator römischer Kaiser. Der Sohn des Kaisers Maximian ließ sich am 28. Oktober 306 in Rom zum Kaiser ausrufen und herrschte bis zum 28. Oktober 312 über Italien und Nordafrika, zeitweise auch über Spanien. Vom ranghöchsten Augustus Galerius wurde er nicht als Kaiser anerkannt und führte daher einen permanenten Bürgerkrieg. Zugleich kümmerte er sich intensiv um Italien, seine Machtbasis und ließ in der Stadt Rom seiner Residenz große Bauten errichten. Er starb in der Schlacht an der Mewischen Brücke im Kampf gegen Konstantin, den großen Leben. Maxentius wurde um 278 geboren, das genaue Jahr ist unbekannt. Er war der Sohn des späteren Kaisers Maximian und der Eutropäer. Maximian wurde 285 von Diokletian zum Kaiser erhoben und mit der Verwaltung der Westhälfte des Römischen Reiches beauftragt. Konstantius I. und Galerius vervollständigten ab 293 als Junior-Kaiser Diokletians System einer Herrschaft von vier Kaisern, die sogenannte Tetrachie. Ob Maxentius zu dieser Zeit als Thronerbe betrachtet wurde, ist unsicher. Dafür spricht, dass er in einer Lobrede aus dem Jahr 289 als Nachfolger angesprochen wurde und dass er früh Valeria Maximila, die Tochter des Kaisers Galerius, heiratete und damit die verwandtschaftliche Verbindung zu den Kaisern weiter gestärkt wurde. Dagegen spricht hingegen, dass wir von keinen höheren zivilen oder militärischen Ämtern wissen, die Maxentius innegehabt hätte. Und dass Diokletian offenbar schon frühzeitig eine Erbfolge in der Tetrachie prinzipiell ablehnte. Mit Valeria Maximila hatte Maxentius zwei Söhne, Valerius Romulus und einen Jüngeren mit unbekanntem Namen. Im Jahr 305 dankte Diokletian ab und zwang Maximian ebenfalls zu diesem Schritt. Die bisherigen Junior-Kaiser Konstantius und Galerius rückten somit zu Oberkaisern auf. Obwohl mit Maxentius und Konstantin, dem Sohn des Konstantius, zwei erwachsene Söhne von Kaisern zur Verfügung standen, wurden sie beide im Rahmen des Tetrachischen Systems übergangen und stattdessen Severus und Maximinus daher zu Cäsaris ernannt. Der Christ- und Geschichtsschreiber Lactentius führte diese Wahl darauf zurück, dass Galerius den Maxentius gehasst habe und Kandidaten vorzog. Die er besser beeinflussen konnte, allerdings sind Lactentius' Äußerungen in dieser Hinsicht wenig zuverlässig, da er gerade Galerius verabscheute. Plausibler wäre, dass Diokletian, wie erwähnt, eine Erbfolge nicht zu lassen wollte. Oder dass er Maxentius für ungeeignet für die militärischen Aufgaben eines Kaisers hielt. Als Konstantius schon 306 starb, erhob das Herr in Britannien jedoch dessen Sohn Konstantin am 25. Juli zum Kaiser. Galerius bestätigte ihn kurz darauf als Cäsar über Britannien, Gallien und Hispanien. Das bildete den Präzedenzfall für Maxentius' Erhebung wenige Monate später. Die Erhebung zum Kaiser bereits seit der sogenannten Reichskrise des dritten Jahrhunderts hatte die Stadt Rom viel von ihrer früheren Bedeutung als Hauptstadt eingebüßt. Dieser Trend hatte sich auch unter der Tetrarchie fortgesetzt. Nominell war sie immer noch das Zentrum des Reiches. Doch als ständige Residenz dienten den Kaisern günstiger zu den Grenzen gelegene Städte wie Trier, Mailand, Thessaloniki, Nicomedia oder Antiochia. Rom selbst besuchten sie nur noch selten. Nachdem Diokletian schon vorher die in Rom stationierte Kaisergarde die Praetorianer stark reduziert hatte, erreichte 306 die Nachricht Rom, dass die Praetorianer nun vollends abgezogen und außerdem Rom der normalen Kopfsteuer unterworfen und damit den anderen Städten des Reiches gleichgestellt werden sollte. Daraufhin kam es zu Unruhen in der Bevölkerung und unter den verbliebenen Truppen. Einige Offiziere wandten sich an Maxentius, der zu dieser Zeit auf einem Landgut in der Nähe Roms lebte, und boten ihm das Kaisertum an. Offensichtlich rechnete man damit, dass Galerius, nachdem er Konstantin im Amt bestätigt hatte, auch dem Kaisersohn Maxentius die Anerkennung nicht verweigern könnte. Maxentius akzeptierte, versprach den Truppen in der Stadt Geldgeschenke und wurde am 28. Oktober 306 öffentlich zum Kaiser ausgerufen. Die Usurpation verlief offenbar ohne größeres Blutvergießen. Der Stadtpräfekt lief zu Maxentius über und behielt sein Amt. Vermutlich wandten sich die Verschwörer auch an Maximian, der sich auf einen Ruhesitz in Lucanien zurückgezogen hatte, um ihn davon zu überzeugen, als Kaiser wieder in die aktive Politik zurückzukehren. Maximian lehnte aber vorerst ab. Regierungsjahre Maxentius wurde in Mittel- und Süditalien, in den afrikanischen Provinzen und auf den Inseln Sizilien, Sardinien und Korsika anerkannt. Norditalien blieb dagegen zunächst unter der Herrschaft des Augustus Severus, der zu der Zeit in Mailand residierte. Zunächst vermied es Maxentius, sich den Kaisertitel Augustus zuzulegen und nannte sich Prinzeps Invictus, unbesiegter Herrscher. Offenbar in der Hoffnung, Galerius werde ihn ebenso wie vorher Konstantin anerkennen. Galerius lehnte das jedoch ab. Er wollte vermeiden, dass den Thronerhebungen des Konstantin und des Maxentius noch weitere Usurpationen folgten. Konstantin kontrollierte und angefochten die Gebiete seines Vaters und damit auch die Rheinarmee, eine der großen Heeresgruppen des Reiches. Und Galerius konnte in seinem Fall vorgeben, dass es sich um die normale Nachfolgeregelung der Tetrarchie handelte. Der Augustus Konstantius starb, der bisherige Cäsar Severus rückte nach und Konstantin wurde neuer Cäsar. Bei Maxentius war beides nicht gegeben. Es gab keinen verstorbenen Kaiser, den er ersetzen könnte, er wäre also der Fünfte und er verfügte nur über wenig militärische Macht. Es schien also als könne man Maxentius' Usurpation relativ leicht unterdrücken. Im Frühjahr 307 marschierte daher der Augustus Severus mit einer Armee auf Rom zu. Der größte Teil dieser Armee bestand aber aus Soldaten, die vorher jahrelang unter Maxentius' Vater Maximian gedient hatten. Dieser war inzwischen von Maxentius überredet worden. Wieder den kaiserlichen Purpur anzulegen, vermutlich war Maximian aber insgeheim ohnehin unzufrieden mit seinem erzwungenen Rücktritt gewesen. Wenigstens legen dies seine späteren Handlungen nahe. Als Severus Rom erreichte, lief ein großer Teil seiner Truppen zu Maximian, der die Soldaten an seine Vergangenheit als erfolgreicher Feldherr erinnerte und Maxentius über, der mit großen Geldsummen nachhalf. Severus zog sich mit dem Rest seiner Armee nach Raphennah zurück, wo er sich kurz darauf dem Maximian ergab. Maxentius nahm nun auch Norditalien bis zu den Alpen und im Osten bis zur Halbinsel Istrien in Besitz und bezeichnete sich jetzt auch als Augustus, da eine Versöhnung mit Galerius offensichtlich nicht mehr möglich war. Schon im Sommer 307 versuchte Galerius persönlich die Usurpation zu unterdrücken und kam ebenfalls mit einer Armee nach Italien. Maxentius verschanzte sich in Rom, zu dessen Belagerung Galerius nicht die Mittel hatte und er zudem nicht auf seine Truppen bauen konnte. Während der Verhandlungen wiederholte Maxentius, was ihm bereits bei Severus' Armee gelungen war. Mit hohen Bestechungsgeldern und der Autorität des Altkaisers Maximian im Rücken bewegte er viele Soldaten des Galerius, zu ihm überzulaufen. Galerius musste sich daraufhin zurückziehen. Wohl im Zusammenhang mit der Invasion des Galerius wurde Severus von Maxentius getötet. Auch wenn die Umstände seines Todes nicht völlig gesichert sind. Danach war Maxentius' Herrschaft über Italien und Afrika fest etabliert. Noch 307 bemühte sich Maxentius um gute Beziehungen zu Konstantin, wohl auch, um von ihm Unterstützung im Kampf gegen Galerius zu erhalten. Dazu reiste Maximian im Sommer nach Galien, um Konstantin mit seiner Tochter Fausta, der Schwester des Maxentius, zu verheiraten. Trotz der auf diese Weise hergestellten verwandtschaftlichen Beziehungen blieb Konstantin im Konflikt zwischen Galerius und Maxentius neutral. Nach der Rückkehr Maximiens aus Galien kam es im April 308 zum Bruch zwischen Vater und Sohn, allerdings war Maxentius bereits in der Hochzeitsrede nicht erwähnt worden. Auf einer Heeresversammlung in Rom versuchte Maximian, seinen Sohn abzusetzen, wobei er ihm den Purpur-Mantel entriss. Die anwesenden Soldaten stellten sich jedoch auf Maxentius' Seite, sodass Maximian Italien verlassen musste. Er floh zu seinem Schwiegersohn Konstantin nach Galien. Auf der Kaiserkonferenz von Canuntum im Herbst desselben Jahres, an der auch Diokletian teilnahm, wurde dem abwesenden Maxentius erneut die Anerkennung als legitimer Kaiser verweigert. Anstelle des Severus wurde Licinius zum Augustus ernannt, mit der Aufgabe, gegen Maxentius vorzugehen. Ende 308 rebellierten die Truppen der afrikanischen Provinzen und erhoben Dormitius Alexander in Kartago zum Kaiser. Der Verlust Nordafrikas brachte Maxentius in eine schwierige Lage, da seine Hauptstadt Rom von den Getreidelieferungen aus diesen Provinzen abhängig war. Dennoch gelang es Maxentius erst 310, ein Herr unter dem Kommando seines Praetorianer-Präfekten Rufius Voliochanus zu entsenden. Dass Dormitius Alexander besiegte und den Aufstand niederschlug, die abtrünnigen Provinzen wurden hart bestraft. Im Gegenzug verlor Maxentius im selben Jahr Istrien an Licinius, der den Feldzug jedoch nicht fortsetzen konnte, da er die Verteidigung der Donaugrenze vom todkranken Galerius übernehmen musste. Hispanien ging an Konstantin verloren, wie Münzfunde aus der ersten Jahreshälfte 310 beweisen. Maxentius, Sohn Valerius Romulus, den er als Nachfolger vorgesehen hatte, starb 309 im Alter von ungefähr 14 Jahren. Maxentius ließ ihn zum Gott erheben und in einem Mausoleum auf dem Gelände der Maxentius-Villa an der Via Appia bestatten. Nach Maximiens erneutem Versuch die Kaiserwürde zurückzuerlangen, wofür er gegen Konstantin intrigiert hatte und seinem darauffolgenden Tod 310, verschlechterten sich Maxentius' Beziehungen zu Konstantin schnell. Dieser war nach dem Tod des Galerius 311 ein Bündnis mit Licinius eingegangen und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis einer der beiden Kaiser erneut gegen Maxentius vorgehen würde. Dieser versuchte sich dagegen mit einer Allianz mit dem zu diesem Zeitpunkt Drang höchsten Augustus Maximinus Daie abzusichern. Dies verschaffte dem bis dahin als Usopator geächteten Maxentius 2 endlich die faktische Anerkennung innerhalb des tetrarchischen Systems als mit Kaiser im Westen, kam jedoch militärisch nicht mehr zum Tragen. Im Frühjahr 312 überschritt Konstantin mit einem Heer von etwa 40.000 Mann die Alpen, es war den Truppen des Maxentius zwar zahlenmäßig etwas unterlegen, im Gegenzug allerdings wesentlich kampferprobter. In mehreren Schlachten, vor allem bei Turin und Verona, besiegte Konstantin die in Norditalien stationierte Armee des Maxentius. Bei Verona fiel auch der Praetorianer Präfekt des Maxentius, Ruritius Pompeianus. Ende Oktober erreichte Konstantins Heer die Umgebung von Rom. Man konnte erwarten, dass Maxentius sich in Rom verschanzen und die Belagerung aussitzen würde, die für den Angreifer bedeutend aufwendiger und verlustreicher werden würde. Er war damit sowohl gegen Severus als auch gegen Galerius erfolgreich gewesen. Überraschend, vielleicht aufgrund des Drucks durch die stadtrömische Bevölkerung, die keine lange Belagerung ertragen wollte. Entschied er sich jedoch dafür, Konstantin an der Mewischen Brücke am 28. Oktober 312 in einer offenen Schlacht entgegenzutreten. Die antiken Quellen führen diesen Entschluss im Allgemeinen auf Vorzeichen, Maxentius Aberglauben oder göttliche Vorsehung zurück. Eine große Rolle dürfte der Umstand gespielt haben, dass der Tag der Schlacht auch sein dies in Piri. Der glückverheißende Tag des Regierungsantritts war. Am 28. Oktober 306 war er zum Kaiser ausgerufen worden. Die Schlacht fand im Norden der Stadt einige Kilometer vor den Mauern und am jenseitigen Tiberufer entlang der Via Flaminia statt. Möglicherweise wollte Maxentius die feindliche Armee in einer Kesselschlacht vernichten, doch wenn dies der Plan war, scheiterte er. Da die Angreifer seine Linien durchbrechen konnten, Lagtenzius zufolge kämpfte Konstantin unter dem Zeichen des christlichen Kreuzes, das ihm vorher in einem Traum erschienen war. Er besiegte Maxentius' Truppen, die sich in Richtung der Stadt zurückzogen. Beim Versuch, den Tiber zu überqueren, stürzte Maxentius in den Fluss und ertrank. Sein Körper wurde aufgefunden und der Kopf am nächsten Tag bei Konstantins Einzug in Rom als Beweis seines Todes mitgeführt. Die Praetorianer-Garde, die Maxentius bis zuletzt die Treue gehalten hatte, wurde aufgelöst. Im Jahr 2005 wurden bei Ausgrabungen am Palatin die Herrschaftsinsignien des Maxentius entdeckt, die offenbar fast 1700 Jahre zuvor vergraben worden waren. Ein Zusammenhang mit dem Schlachtentod des Kaisers ist sehr wahrscheinlich. Offenbar sollten seine Herrschaftsabzeichen vor den Siegern versteckt werden. Obwohl die Abzeichen römischer Herrscher aus schriftlichen und bildlichen Quellen gut bekannt sind, handelt es sich hier um den bislang einzigen Fall, in dem nunmehr tatsächlich die Originale vorliegen. Innenpolitik Über die inneren Verhältnisse der Herrschaft des Maxentius ist man nur schlecht informiert. Da keine Quelle ausführlich darüber berichtet und die meisten stark von der späteren Propaganda des Siegers Konstantin beeinflusst sind, Maxentius' Stellung beruhte einerseits auf dem Nimbus der Stadt Rom, die immer noch als eigentliche Hauptstadt des Reiches anerkannt war und als deren Konservator er sich präsentierte, zum anderen, wie bei jedem Kaiser auf der Armee und schließlich zu Beginn seiner Herrschaft auf der Autorität seines Vaters Maximian, also auf dem dynastischen Prinzip. Anfangs verfügte er nur über wenige Truppen, vor allem die in Rom stationierten Kaisergarden und Stadtmilizen. Nach den Feldzügen des Severus und Galerius hatte sich seine Armee durch Überläufer aber recht stark vergrößert. Und schließlich zog er auch nach der Rückeroberung Nordafrikas Truppen von dort ab, um Italien zu schützen. Im Vergleich zu seinen Rivalen war Maxentius' militärische Macht allerdings nie besonders groß. Grund dafür war, dass er keinen Zugriff auf einen der drei großen Aufstellungsräume des römischen Heeres an Rhein, unter Radonau und Euphrat hatte, sondern über ein Gebiet herrschte, das traditionell nur über eine geringe Truppenkonzentration verfügte und auch keinen der wichtigen Rekrutierungsräume beinhaltete. Ein Anlass für Maxentius' Erhebung zum Kaiser war die geplante Besteuerung Roms gewesen. Dementsprechend blieb die Bevölkerung der Hauptstadt wohl weiterhin privilegiert. Dennoch benötigte Maxentius große Summen an Geld, um die großzügigen Spenden an die Soldaten, seine Repräsentation, das umfangreiche Bauprogramm in Rom und schließlich die allgemeine Verteidigung seines Herrschaftsgebiets zu finanzieren. Dabei scheint insbesondere das anfänglich gute Verhältnis zum Senat durch freiwillige Abgaben dieses Standes belastet worden zu sein. Eine ganze Reihe prominenter Senatoren, darunter der erwähnte Praetorianer Präfekt Voliushanus, setzten jedenfalls nach Maxentius' Tod ihre Karriere unter Konstantin ungehindert fort, was verschiedentlich als Hinweis interpretiert wurde, dass Teile des Senats Konstantin unterstützten. Ebenfalls der Geldbeschaffung diente die Prägung zahlreicher, vom Metallgehalt her minderwertiger Münzen, womit der Kaiser schon im Krisenjahr 307 begann. Durch den Verlust Afrikas und die damit verbundenen Einschränkungen bei der Getreideversorgung kam es zu einer Hungersnot in Rom. Und Unruhen in der Stadt sollen 6000 Opfer gefordert haben, beides hat sicher nicht zur Popularität des Maxentius beigetragen. Umfangreich, besonders im Hinblick auf die kurze Regierungszeit, war das Bauprogramm des Maxentius. In Rom restaurierte er den Tempel der Venus und Roma gegenüber dem Kolosseum. Er richtete den Komplex der Maxentius-Villa an der Via Appia mit Zirkus und Mausoleum und begann den Bau der Maxentius-Basilica am Forum Romanum, die dann von Konstantin fertiggestellt wurde. Außerhalb der Hauptstadt ist insbesondere ein ausgedehntes Straßenbauprogramm in Italien zu nennen. In seiner Religionspolitik zeigte sich Maxentius als Verehrer der traditionellen Götter, die an die alte Größe Roms erinnerten. Besonders prominent sind Herkules und Maus, die Schutzgötter seines Vaters. Gegenüber dem Christentum zeigte er sich dennoch tolerant und beendete in seinem Reich steil jede Verfolgung. Während seiner Regierungszeit kam es als Nachwirkung der diokletianischen Verfolgung zu teilweise blutigen Auseinandersetzungen innerhalb der christlichen Gemeinde, so dass Maxentius 309 gezwungen war, mit Marcellus I. und Eusebius nacheinander zwei römische Bischöfe der Stadt zu verweisen. Die eigentliche Religionsausübung behinderte er jedoch nicht, gab im Gegenteil der Kirche sogar Teile des enteigneten Besitzes zurück und erlaubte wieder Bischofswahlen. Die Vorwürfe der feindseligen Überlieferung, er sei ein brutaler Christenverfolger gewesen, sind nachweislich falsch und sollten dazu dienen, das Vorgehen des späteren Siegers Konstantin zu rechtfertigen. Nachwirkung Nach dem Sieg Konstantins wurde Maxentius konsequent verteufelt und als grausamer, blutdürstiger und unfähiger Tyran dargestellt. Dieser Einfluss der offiziellen Propaganda führte auch dazu, dass er von der späteren christlichen Tradition unter die Verfolger gerechnet wurde. Obwohl zeitgenössische Quellen wie Lactentius nichts darüber berichten, diese Diffamierung hinterließ ihre Spuren in allen erhaltenen Quellen, christlichen wie heidnischen, und bestimmte das Bild des Maxentius bis ins 20. Jahrhundert hinein. Erst ein umfassenderer Gebrauch nicht literarischer Quellen wie Münzen und Inschriften und ein kritischerer Umgang mit den schriftlichen Nachrichten. Über Maxentius' Regierung haben zu einer Revision der Einschätzung dieses Kaisers geführt.